Der größte Whirlpool, den ich jemals gesehen habe. Nicht der größte, den wir im Programm haben. Es ist eigentlich unser Einstieg in den Bereich Swim Spa, unser Lotus 1. Das geht hoch bis zum Lotus 8. Der Lotus 8 hat dann 8 Meter in der Länge und den können Sie wirklich auch perfekt zum Schwimmen nutzen. Sie haben da auch die Möglichkeit einer unterschiedlichen Bedüsung, also Pro Swim 1, Pro Swim 2. Da haben wir Triathleten, die sich profimäßig an diesem Gerät sich dann trainieren und sich vorbereiten. Swim Spa heißt das jetzt? Ja. Das heißt, es ist eine Mischung aus Swimming Pool und Spa-Bereich, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau so ist es und ich habe hier einfach den großen Vorteil, dass ich einen Swim Spa auch ganzjährig nutzen kann. Also ich habe hier nicht nur diese drei Monate klassisch, wenn der Sommer jetzt gut war, so wie es heuer nicht der Fall gewesen ist. Ein Monat? Ja, ein Monat, ein Monat, genau. Und von den Investitionskosten her trotzdem ungefähr gleich anzulegen. zum nächsten Mal.